Moin, erstmal aufregen über das Spiel. Gar kein Bock. Ja, so ist es. Ich gehe in dieses Spiel rein. Bitte nervt mich nicht. Hallo? Ja, verlassen möchte ich das schon gerne. Scheiße, bis auf das Geld. Ich spiele keine epischen Karten. Gib mir einfach den Geldtypen hier. Digga, bitte verscheiße ich einfach nicht. Ich habe gar keinen Bock. Was ist denn jetzt? Level 14. Ja. Moin. Ich habe dieses Spiel sein, das Spiel. Ach komm. Ich bin kein Bock mehr. Digga. 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 Cool. Ja, perfekt. Jaaa, wahrscheinlich. Danke. Digga, danke. Danke dem. Auf jeden Fall fern, Level 14 als Gegner zu geben. Kappa. Sehr großes Kappa. Perfekt. Treff halt nur einen. Lustig, 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 lustig. Autousel. ManSc van Kom heating力. Kappa. Und zwar, okay. Na, da. Okay. Streichel. Perfekt. Ich geh mir nicht auf die Eier. Ich geh mir nicht auf die Eier. Schwung! Ich geh mir nicht auf die Eier. In 3. Töter. Ja, ich hab den 14er gewonnen, JA! Das fühlt sich an, dass Champions League Sieg, Alter. So ist das halt ehrlich. Traurig aber wahr. Das spielt doch anstrengend, Alter. Ich schwöre, auf lange Zeit kann ich das Spiel ehrlich spielen. Ich hoffe, ich hat das dir gefallen. Boah, tschau, Alter. Gar kein Bocke ohne Witz mehr. Perfekt, dieses Handy.